Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mit dabei ist heute wieder der liebe Epic. Hallo. Und wir spielen heute TNT Wars. Oh, und es wird richtig, richtig nice. Moment mal, hier explodiert schon alles. Und zack. Und zack. Und zack. Und wir sehen hier schon unser Spielgebiet. Einmal Seite A, einmal Seite B. Oder das ist vielleicht A und das ist B. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Und wir können uns hier auch noch die Seite aussuchen. Das heißt, ich bin entweder Team B oder Team A oder Spectator. Ja, ich bin jetzt Team B. Und Moment mal, ich kann hier sogar Team Past oder Team Future mich entscheiden. Also ich bin mir nicht so ganz sicher, was ich dann mehr machen kann. Also, hi, was machst du hier bei mir? Hey, das ist mein Team. Das ist mein Team. Ich bin Team Zukunft. Hey, wo soll ich denn hin? Du musst zu Team Past oder Future. Oh, was ist das denn hier für ein cooles Lager? Hier gibt es ganz viel TNT und Building Blocks und auch Dispenser und noch mehr Blocks und noch mehr TNT und ganz viel Redstone Dust. Das ist ja cool. Und hier gibt es auch Slime-Blocke. Wir können uns hier wirklich richtig coole TNT-Kanonen bauen und uns gegenseitig dann wegschnetzeln. Und Moment mal, ich bin jetzt leider nicht so die besten TNT-Wars und TNT-Kanonen auch gar nicht. Und Moment mal, hier ist meine Fläche. Also hier kann ich alles bauen und da hinten ist der böse, böse Epic. Hey. Und ich muss mir jetzt erstmal ein paar Blöcke raussuchen und gucken, was ich bauen werde. Also ich brauche auf jeden Fall TNT, also brauche ich. Und ich ziehe mir auf jeden Fall schon mal was an, also ein bisschen Gier, so und zack. Ein paar Schüchen, ein Schwertchen und noch eine Spitzhacke und Essen haben wir auch. Ein paar goldene Karotchen. Und ich werde jetzt die erste TNT-Kanone bauen, die wir nicht wegschnetzen. Oh, oh, okay, warte mal. Hm, ich suche mir jetzt erstmal raus, was ich alles brauche und dann geht's los. Okay, Leute, ich habe mir jetzt ein paar Dinge zusammengesucht und ich werde jetzt eine kleine, aber feine TNT-Kanone bauen. Und wie läuft es eigentlich bei dir? Hast du schon was gebaut? Hm, ja. Was? Ich habe schon eine TNT-Kanone gebaut, aber die ist gerade explodiert leider. Die ist explodiert? Ja. Oh nein. Okay, warte mal. Ich habe hier ein bisschen Iron Blocks und damit mache ich mir jetzt erstmal eine Unterseite. Also hier, drei, da, drei und da. Und Moment mal, ich habe das Wichtigste vergessen. Dispenser. Aber meine zweite TNT-Kanone, die ich hier baue, die ist gleich fertig und ich glaube, die funktioniert wirklich richtig gut. Soll ich die mal ausprobieren? Ähm, nein. Ich meine doch, doch. Okay, Kater, festhalten bitte. Und? Ich glaube, das funktioniert richtig gut. Und? Oh, ja. Oh, wie cool ist das denn? Sie funktioniert. Wie, es hat funktioniert. Oh, wie gut. Okay, warte mal, Kater. Ich schieße jetzt gleich richtig viel TNT. Du musst dich festhalten. Ich bin noch nicht so weit. Bitte noch mal kurz warten, ja? Nein, nein, nein. Du bist weggeschnetzelt und deine kleine Base. Nein, bitte nicht. Doch, sehr wohl. Oh, das ist so cool. Ich bin noch nicht so weit. Hast du denn schon was von meiner Wand getroffen? Naja, ich habe schon insgesamt ein Block abgebaut von der Wand. Ein Block? Nur ein Block? Ja. Na gut, dann ist es okay. Katja? Was denn? Achtung, es geht los. Nein, es geht nicht los. Und TNT wird gezündet und... Oh, das ist zu viel, TNT, das ist zu viel. Das ist zu viel. Ich schieße... Nein, stopp, aufhören. Äh, äh. Katja? Was machst du? Oh nein. Du bist doch... Was? Bist du jetzt schon bei mir durch? Gehst du mir bei dir kaputt machen? Ich habe alles bei mir weggesprengt gerade. Ich sehe das Wasser da unten laufen. Ja, hallo. Was machst du denn da für ein Quatsch? Ich habe zu schnell zu oft geschossen. Ach man. Okay, warte, jetzt brauche ich ein Knöpfchen. Der kommt noch hier hin. Und hier kommt noch ein bisschen Redstone hin. Und da und da. Und jetzt... Ich weiß nicht, ob die schon so funktioniert. Ich bin mir gar nicht sicher. Das ist jetzt eine sehr, sehr kleine TNT-Kanone, aber... Bitte funktionier, bitte funktionier, bitte funktionier. Komm. Hä, ich höre auf. Ja, es funktioniert. Oh nein. Ey. Los geht's. Kleine. Du schaffst das. Nein, nein, nein. Hör auf, Quatsch, Katja. Du schaffst das. Nochmal. Los, ich glaube an dich. Okay, warte mal. So und so. Ich gehe hier weiter. Ja, okay. Redstone hin. Okay, weiter geht's. Das ist die beste kleine TNT-Kanone, die ich hier gesehen habe. Katja, was ist denn hier los? Moment mal. Ich bin gleich durch. Echt? Ja. Ich sag mal so. Ich kann dir gleich Hallo sagen. Nein. Und Bums. Ich kann dir auch gleich Hallo sagen. Es kommt nämlich TNT rüber geflogen. Bei mir kommt mehr TNT. Nein, das stimmt gar nicht. Du musst noch so eine bauen. Ich muss meinen Redstone fackeln. Aber erst mal will ich, ich will erst mal durchgucken. Ich will mal sehen, wie es bei dir aussieht. Weil mir sieht es doch so schön aus. Trifft die noch? Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich müsste die, glaube ich, ein bisschen mehr nach vorne machen. Oh, Moment mal. Meine zündet zu schnell. Fällt mir gerade auf. Gibt es besseres TNT? Hey, Moment mal. Und zack und zack. Und meine zündet gar nicht. Nein, du zündet dich. Ich bin gleich durch. Oh nein. Meine TNT-Kanone zündet nicht. Los. Warte, warte, warte. Und zack. Jetzt zündet sie. Und da kommt TNT hin. Und das fliegt drüber. Und bye bye Katja. Wie cool ist das denn? Okay, ich baue sie nochmal. Ein bisschen weiter nach vorne. Okay, mal gucken, ob es so klappt. Wie weit bist du eigentlich gekommen? Ich sehe hier noch gar nichts. Aber du siehst auch von mir noch nichts. Deswegen ist es okay. Hier geht die ganze Zeit immer alles explodieren. Kann ich vielleicht irgendwie mehr TNT dran machen? Und dann ist es vielleicht heftiger oder so? Ich bin mir nicht so ganz sicher. So, jetzt kommt hier noch ein Knopf hin. Und natürlich TNT muss ich mir ein bisschen rausgeben lassen. So und so. Das müsste erst mal reichen. Ich hoffe, es funktioniert. Ich habe nichts falsch gemacht. Hey. Oh, oh. Hä? Das hatte ich gar nicht gut angehört. Okay, machen wir das mal wieder so. Habe ich alles richtig gebaut? Zack. Los. Hm, irgendwie klappt es nicht. Und zack und zack. Warum nicht? Hm, ich habe meine TNT-Kanone repariert, Katja. Und ich glaube, ich muss sie noch langsamer machen. Ich glaube, ich brauche mehr TNT. Das ist das Ding. Oh, oh. Ich brauche überall TNT. Gott, du, Gott, du, Gott. Und Moment mal, Epic. Ich habe ja die gebaut. Und ich habe was Kleines gebaut. Ich weiß nicht. Also einmal ist es explodiert, Leute. Ich habe jetzt nochmal meine kleine TNT-Kanone. Bisschen größer gebaut. Also nicht 3x3, sondern 4x4. Ich weiß nicht, ob das klappt. Weiß wirklich nicht. Deswegen probieren wir es einfach zusammen aus. Und hoffen das Beste, dass einfach nicht alles hier explodiert. Und ja. Das war es dann auch mit der. Ich bleibe bei der meinen kleinen. Die funktionieren wenigstens. Los. Macht euren Job. Ab. Oh, oh. Ich habe die Explosion schon hier bei mir gekauft. Ja, ja, ja. Hey, hör auf mit dem Quatsch. Die geht richtig ab. Ich baue hier weiter. Und mein Felsichon ist auch bald fertig. Und zack, und zack. So, 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 so. Und so. Aber so richtig weit fliegt da halt nichts. Oh, oh. Also, ich müsste doch langsam, wie dick ist denn diese Wand? Und was macht, oh, mein TNT macht, aui mir. Meine TNT-Karpon ist kaputt gegangen. Oh nein, Katja. Ich habe meine jetzt nochmal repariert. Ich muss die schon viermal reparieren insgesamt. Ja, ich repariere jetzt meine auch nochmal. Warte mal. Nein, die schießt viel zu schnell. Das ist viel zu schnell. Nein. Äh. Wieder. Warst du wieder alles bei dir kaputt? Vielleicht. Oh nein, habe ich hier noch meine Spitzkirche. Und zack, und dann mache ich hier nochmal einen Werfer hin. Zack. Bitte funktioniere. Oh, oh. Warum macht sie sich dann selbst kaputt? Habt ihr nichts getan? Was denn? Jetzt kommt Post zu dir rüber. Bei mir hier kommt gar nichts rüber. Doch, gleich. Nein. Oh, oh mein Gott, ich muss das noch zünden. Und Post kommt zu dir rüber. Was für Post? TNT-Post. Hier ist keine Post. Und Pau und Wuffi. Ich baue neue Blöcke. Oh nein. Also, ich baue mich jetzt hoch und versuche weiterhin, meine Kleine zu bauen und versuche irgendwie, ich weiß nicht, warum die irgendwie ein bisschen gefällt hat jetzt. So und so, Katja. Ja? Meine TNT-Kanone wird immer besser und besser. Gleich kann ich mit einem Knoppen alles wegschnetzeln. Die macht sich doch die ganze Zeit selber kaputt. Nein, das ist Quatsch. Okay, ich habe jetzt hier nochmal eine neue hingebaut. Und ich hoffe, diesmal klappt es besser als davor. Oh, ich glaube, das darf auch, muss hier sein. Da ist es auch so. Okay, jetzt mache ich hier noch ein bisschen TNT rein und wir probieren es einmal. Ich hoffe, die geht sich jetzt nicht selber kaputt machen. Bitte funktionier. Bitte, bitte, bitte. Katja? Sie hat nicht funktioniert. Katja, weißt du was? Was denn? Ich habe jetzt drei TNT-Kanonen und wenn ich jetzt hier auf einen Warten drücke, dann schießen alle drei gleichzeitig und zack und das funktioniert so gut. Was? Und zack, zack, zack. Hast du das gehört? Ah, ah. Moment mal, ich schnette es dir nochmal alles weg und bitte zu Katja rüber schießen. Warum geht hier alles kaputt? Warum ist das so? Hier hat doch alles geklappt. Woran, woran liegt das? Okay, warte mal. Okay, neuer Versuch. Jetzt, jetzt muss es klappen. Es muss klappen. Ich glaube, es muss klappen. Warum kriegt die Krise? Ich mache das wieder hier unten. Das hat da besser geklappt. Achtung, Katja. Und es geht los. Nö, keine Achtung. Doch. Nein. Und? Ist verboten. Ja, es hat richtig geklappt. Es hat gar nicht gut geklappt, bestimmt. Doch, es hat sehr gut geklappt. Drei schießen gleichzeitig. Und nochmal. Schießen gleichzeitig. Wie cool ist das denn? Ich muss nur einen Knopf drücken und drei TNT-Kanonen schießen. Und nochmal, Katja. Achtung. Bei mir klappt das jetzt bestimmt auch. Komm schon, Kleine. Ja. Ein bisschen weit nach unten, aber du schaust das. Du machst das super. Ja, sie ist halt ein bisschen weit unten, aber ich habe schon einiges an Drücke weggemacht. Also, mhm. Das klappt so gut mit dem TNT und mit den ganzen TNT-Kanonen. Oh. Oh, so cool. Ich will... Mich würde mal so interessieren, wo das Loch dann ist. Äh, das ist in der Mitte, noch weiter auf der Seite und ganz auf der Seite. Ach, du hast drei verschiedene an drei verschiedenen Plätzen. Mhm. Oh, Gott. Das ist sehr leise. Ich sehe da was. Ich sehe ein Löschlein. Weiter. Schnell, 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 schnell. Katja wird weggeschnetzelt. Oh, mich würde so interessieren, wie es dann bei dir aussieht. Hi, Epic. Hallo, Katja. Und so, da geht es hier hin. Okay, ich habe eine von meinen TNT-Kanonen noch ein bisschen verbessert, hoffe ich. So, bitteschön. Verbessert? Ja, das bleibt noch besser, glaube ich. Und? Naja, gut. Nicht so gut besser, aber naja. Ich mache da nochmal was. Guck mal, ich bin hier ganz oben. Hallo. Und wo bist du denn eigentlich? Sag ich dir nicht. Hey. Und zack, zack, zack. Ich gucke mir mal an, was du da gebaut hast. Und zack und zack und zack und zack. Ähm, das sieht doch schön aus. Die TNT-Kanonen sind ja richtig groß. Was? Moment mal. Bist auf meiner Seite. Katja, Katja. Was ist das denn hier? Was ist das? Komm her. Nein. Was ist denn hier los? Ich habe gewonnen. Du hast gar nicht gewonnen. Oh, doch. Moment mal. Oh, du hast hier ein schönes Schlösslein. Das ist eine unfaire Sache, Katja. Also. Oh, du darfst nicht meinen Kern abbauen. Nicht meinen Kern abbauen. Moment mal. Was? Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Komm, komm. Habe ich gewonnen? Ja. Ja. Oh, richtig nice. Ich habe hier alles kaputt gemacht. Guck mal. Ach, Mann, Katja. Und schau dir mal meine schönen TNT-Kanonen an. Ich hatte hier drei nebeneinander. Und oben wollte ich die noch miteinander verbinden, dass die von oben schießt und von unten. Ach, du hast so groß TNT-Kanonen gebaut. Ach, das... Was? Wie sieht das denn aus? Wie cool das aussieht. Komm mal rüber zu mir. Okay, okay. Hallo, Katja. Guck mal. Das sind meine kleinen TNT-Kanonen. Guck mal. Geh mal draufdrücken. Das ist voll süß. Warte mal. Und zack. Und da. Das ist ja richtig cool. Die kleinen TNT-Kanone. Und... Au. So cool. Ach, Mann. Und du hast mich einfach weggeschnetzelt. Och, Katja. Ja, und da habe ich versucht, eine große zu bauen. Das hat aber gar nicht geklappt. Aber im Endeffekt... Hm... Konnte ich einfach rüberlaufen. Sehr gut. So, das war es mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann das freie Daumen nach oben da. Schaut beim Epic vorbei. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.